Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer, dem geliebten Stalin. In diesem Augenblick, es ist wenige Minuten vor 12 Uhr Moskauer Zeit, treffen sich die Gedanken von Millionen hier auf dem Roten Platz, hier an der Kremlmauer vor dem Lenin-Mausoleum, das auch die letzte Ruhestätte Stalins sein wird. Der Kremlmauer 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 Der Kremlmauer